ARD Text im Auftrag von Funk Hallo miteinander! Hallo! Wir spielen in Rocket League, ranked 3 gegen 3. F*** Lifestyle! Voll. Ich bin im Gewohlen, wenn ihr zwei die vorne seid. Und schnell erwähnen, wenn ihr es jetzt gerade seht, würde ich das Replay aufnehmen. Nein! Also ihr seht nicht. Sie sehen sie nicht, aber sie sehen sie jetzt nicht. Sie sehen sie schon. Sie sehen sie jetzt live. Ja stimmt. Und wenn euch das passt, einfach sagen. Ich habe sie so bei Manolo gesehen, und das hat einfach geil gesehen. Ja, sie ist recht gebastelt. Also mir hat es sehr gefallen, so einen Match anzuschauen. Nein! Oh, warte, warte, warte! Oh, schön, Guido. Gern geschehen, Jungs. F***. Genau. Ah, ja, übrigens, der Guido ist noch dabei. Für die, die wir nicht checken. Hallo zusammen! Ist nicht nennenswert. Jimmy Cengen. Ja, der Didi ist... Der Didi ist eher nicht schlau. Didi ist eher nicht schlau. Didi Ersatz. Genau. Oh, was war das? Ich habe Parade bekommen. Ah! Es ist nicht drin. Verbindungsproblem, ich sehe nichts mehr. Ich weiss nicht von der Balle. Ah, ist schon vorne. Gut. Ja, ist schon wieder weg. Und Goal. Geht ihr nicht mehr. Was?! Ah doch. Der ist jetzt sehr knapp. Nice. War es schön gewesen? Ah, der hat eine schöne Vorlage bekommen. Ja, der hat mich gekriegt ab. Dann zu sehr Glück. Äh, Goals, wenn es gar nicht überspringen, von uns. Ja. Wollen wir daran denken. Ah, der Dummerskido, ja. Äh, äh, äh. Ich sehe mit der Einstellung viel mehr... Das ist mit dem Death of Field. Ja. Es ist etwas heller, aber... Ja, ja. Irgendwie ist es besser. Aber ich weiss nicht, irgendwie ist meine Performance ein bisschen schlechter geworden. Ich weiss nicht, ob das jetzt einfach ein schlechter Server stehen würde. Baka, du rauchst mich immer. Ich habe dich nicht eines berührt. Ach, du hast mich... Oh, schau dir an! Schau dir an! Nein! Nein! Schlechte Idee gewesen. Er ist noch heiss. Er ist noch heiss! Er ist noch heiss! Er war immer noch heiss, aber nichts gewesen. Oh, mein Gott. Kein mit! Schön. Bye! Der Typ ist, wenn wir ihn aufnehmen, bringen wir keine gute Aktion an. Ja, ja. Normal. Als ob du vorher gut warst. Ah! Seist du einfach, um unsere Viewers zu verwirren? Weil sie mir das Gefühl haben, du bist mega gut. Ja, ich bin auch mega gut. Ich bin mega gut. Ich bin allem gut. Und das stimmt. Oh, wie der hat es verpasst. Der Ball kommt. Von der Höhe. Schau jetzt auf das Goal an. Nein! Nein, er ist nicht drin. Er ist nicht drin. Man muss sich auch nicht immer so vorausverzählen, von wegen, es gibt jetzt ein Goal. Es gibt nämlich nie ein Goal. Sehr gut. Das habe ich vorher auch gemacht. Schau mal auf. Jedes Mal, wenn ich beim Ball bin, kommst du auch von hinten angeschossen. Ja, irgendwie habe ich sonst gedacht, du bist nirgends. Ich bin die ganze Zeit für den Ball. Jetzt kommt er bei mir. Ja, jetzt haben wir uns zu Recht. Ja, wie es wäre, wenn ihr euch mal ein wenig aufteilt. Oh, Goal! Hast du es gut gemacht, Schrogga? Du kannst zwar nichts dafür, aber du hast es gut gemacht. Danke, danke, danke. Der hätte genauso gut meinen können sein. Nein. Das ist alles geplant. Oh, nice. Schön, weil er ihn nicht geschoben hat. Ich bin im Goal. Ich gehe. Oh, jetzt bin ich auch mal in vorne. Ich wollte jetzt schon die Ausrede bringen, dass ich ihn aufnehmen kann. Ja, aber später hat es keine Rolle. Es ist nur... Ah, shit. Ah, fuck. Jetzt breche ich ihn wieder mal. Come on, bitches. No, 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 no. Ah, verdammt. Ja, ich habe ihn einfach krackt. Oh, oh. Oh, oh. Was machst du? Alles in dir! Alles in dir! Oh, oh, oh! Hast du gesehen, wie ich den abgewirrt habe, Mann? Rückwärts, habe ich gerade gesagt. Ich bin im Goal... Ich bin links ins Goal hineingeflogen und habe ihn abgewirrt, indem ich ins Goal hineinfliege. Holy fuck. Ja, schön. Ich bin nicht so schlecht. Nice. Diese Runde ist gut. Ist gut. Spielst du mal richtig gut, Gido? Ja, zwischendurch. So zur Abwechslung. Oh, der Scheiss. Ich hätte überhaupt nichts gemacht in vorne. So, ich gehe gerade. Yes, ich bin nicht im Goal. Er fährt mir an. Ah, schön. Schön. Oh, der kommt voll wie drückt wieder. Nicht so schön. Oh, oh, oh. Alles gut, alles gut. Windungsproblem. Du bist gerade beim Bounce. Sorry, ich fahre einfach weiter. Weiter, 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 weiter. Sag ihm, wo du da bist. Haha. Ich war, ich komme hinter sie. Nein! Ich bin schnell gewesen. Ja. Das wäre eine schöne Vorlage gewesen. Come on, bitches. Come on, nice. Machen wir noch. Ja, der kommt so halbwegs. Ah, fuck Dani. Sorry. Hey, ich bin so rumgelegen im Fall. Das ist echt mühsam. Kulner. Nein! Oh. Was passiert? Ich habe ihn weggeräumt. Okay. Schön. Gut gemacht, Rocca. Und GG. Nein! Ich bin weggeräumt. Oh. Replay speichern. Danke fürs Zuschauen. Hey, merci. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Haha. Haha. Tschüss. Hey, Ali. Nein! ich bin jetzt... ...und... ...und... ...und...